Ich zeige jetzt einmal den Weg in unseren Abschiedsraum. Wir haben hier eine ganz uralte Huntränke, wo wir einen Grund eingebaut haben. Das Ketschern des Wassers ist sehr beruhigend. Der anderen Seite haben wir die Möglichkeit geschafft, um das an eine Kerze anzuliehen kann, sei es vor der Abschiednahme oder auch nach der Abschiednahme. Und das ist unser Abschiedsraum. Der Abschiedsraum ist ein Bereich, wo die Familie sehr geschützt sitzt, wo es sehr warm ist, wo Lieder gespielt werden können, wo Kerzen brennen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und wir haben hier schon viele, viele Familien begleiten dürfen. Und mir fällt jetzt gerade eine Familie ein, wo eine sehr alte Dame verstorben ist, die sich gewünscht hat, dass während ihrer Abschiednahme kleine Häppchen verteilt werden, dass Sekt ausgeschenkt wird. Und die Familie und die Freunde und die Nachbarn kamen alle. Es wurde gelacht, es wurde geweint. Und das war ein wirklich ganz, ganz besonderer, auch irgendwie ein schöner Moment. Und es war schön, dass wir die begleiten durften. Und genau das wollen wir mit diesem Haus, mit diesem Raum irgendwo bewirken.